Musik Heyo, was geht ab meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen TCG Opening auf meinem Kanal Ja, ähm, wir haben heute wieder ein Produkt, das ich zwar schon mal geöffnet habe, aber ich fand dieses Produkt so cool, dass ich dem auf jeden Fall eine zweite Chance geben möchte Und zwar die gute, ich halte das mal so, mal kurz fürs Thumbnail einmal posieren hier Ja, und zwar fand ich dieses Produkt so cool, dass ich mir dachte, ich mache das einfach nochmal auf Aber das ist noch nicht alles, ähm, ich habe auf jeden Fall noch vier Random Booster, zweimal Swashy Base und einmal Farbenschock Ähm, die das Ganze ein bisschen unterstützen, damit wir ein runderes Video haben und das nicht nur fünf Minuten geht Also, ganz ehrlich, so, ähm, aber in der, äh, in der Box selber, ähm, haben wir auch nochmal Swashy Base drin Und natürlich Farbenschock, ähm, das heißt, die oberste, äh, die oberste Regel oder das oberste Ziel ist heute Amazing Rares aus, ähm, Farbenschock zu ziehen Weil meine Pollrate bei den Amazing Rares, ich habe es bei den letzten Videos schon gesagt, ist sehr schlecht Ich bin aktuell bei einer Amazing Rare auf über 40 Boostern und das muss, das muss ich ändern Deswegen werde ich auch auf jeden Fall weiter Farbenschock aufmachen Wir haben hier als erstes die Simsalavi-Promokarte, die tatsächlich ein ganz ordentliches Centering hat Was zur Hölle? Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt von Pokémon, haha Dann natürlich die, äh, etwas größere Variante, die packen wir hier erstmal zur Seite Ich sortiere den ganzen Müll durch Ich mache nämlich hier nochmal die Facecam ein bisschen So, ähm, ich mache hier nämlich eine Opening Session Ich habe hier, ähm, das ist jetzt das dritte Video, was ich hier aufnehme Eins kommt noch Ja, wollen wir mal gucken, was die, äh, was die Puls dann insgesamt dann so sagen Diese acht Booster, die wir heute insgesamt aufmachen werden, habe ich jetzt in einer, ähm, Reihenfolge angeordnet Die mir persönlich so am besten gepasst hat Das, äh, ich mache das immer so ein bisschen durcheinander, damit halt, äh, damit es halt spannend ist Wir fangen, ähm, an Wir wollen das, äh, wir wollen natürlich auch das, äh, Riesen-Pikachu-Remix in Rainbow Aber auch gegen die Full Art Das ärgerliche ist Ich muss ich mal, muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen Hier werden wir das erste Booster aufmachen Ich habe das Pikachu wie in Full Art zweimal gezogen Zweimal Und ich habe es beide Male vertauscht Das ärgert mich Nicht, weil ich diese Karte besonders gerne mag Ich mag diese Karte eigentlich gar nicht so gerne Nicht im Vergleich zu anderen Karten, sondern weil die halt einfach mittlerweile unglaublich viel Geld wert ist So, wir fangen an Wir haben eine, äh, Pflanzen-Energie Das Go-Aus-Stadion Chevron Voltula Wir haben Pepec Samurzel Garnovil Whatsapp Castador Flitiamo Keine Amazing Rare Und, jawoll, Galar Lauchzelon in Full Art Das geht ja geil los hier Nice Karte Die habe ich zwar schon, die habe ich zwar schon Aber geile Karte Sehr schön Alter Sehr Sehr Nice So, hier haben wir, ähm Swashy Base Da ist natürlich wieder, wie auch in den letzten Videos Wo ich was davon aufgemacht habe Der Disclaimer Über 250 Booster Immer noch kein Saschan Bla 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 Und wir wollen das ändern Normalerweise würde ich das in aller Ruhe erzählen Aber da ich jetzt das dritte Video hintereinander aufnehme Will ich diese Saschan-Geschichte, die mir auch jedes Mal Ein Schmerz in meinem Herz verursacht, nicht immer wieder erzählen So, wir haben eine Feuerenergie Wir haben Diktri Tausch Energiezugewinn Fatalité Wir haben Wolli Muschass Glibunkel Salanga Mogelbaum Und Lieberloh Nein Wir haben nochmal das Chunky Choo Artwork Wer weiß Vielleicht, äh Könnt uns Chunky Choo ja mal Ich Es ist schwierig, die Booster aufzumachen, wenn man nicht hingucken kann Weil ich will halt nicht gespoilt werden So, es wäre schön, wenn uns das Chunky Choo Artwork eine Amazing Rare gönnt Es kann nicht sein, dass ich jetzt wieder so viele, äh, so viele Farben-Schock-Booster aufmache Und wieder keine einzige Amazing Rare dabei rauskommt Stahlenergie Die Petrafakt Okay Ähm, wir haben einen Tentantel Swatronin Pipi Rotomorph Hornrio Voltoball Zwirlicht Gedächtniskapsel Oh, ich glaube, ich sehe da was Wir haben Monte Cabo V-Max Sehr schön Das ist ein Hit Das ist ein Hit Besitze ich zwar schon Aber das ist ein Hit Definitiv Monte Cabo ist auch Eins der coolsten Pokémon, finde ich Dass die, äh, dass die neue Generation hervorgebracht hat Ich hab's ja auch am Team So, wir haben noch Ja, lol Wir haben noch fünf Booster Da kann ja noch alles, aber auch nichts rauskommen Wir hoffen natürlich Auf dem guten Mittel nicht Dass vielleicht irgendwie noch ein oder zwei Hits dabei sind Zum Beispiel aus Nacht in Flammen Hö, hö Winkt mit dem Zaunfall Ähm So, wir haben Eine Wasserenergie Luftballon Adressbuch Kingler Pupanze Volli Batzapf Molung Kloptopus Salanga Morpeco Morpeco Morpecos Trainerin Äh Wär mir lieber gewesen Ich besitze sie zwar schon zweimal in Rainbow Äh, davon hab ich mir eine selber gekauft Und eine gezogen Und einmal in Full Art aus Das Swashibase Aber die Full Art hab ich mir gekauft Die hab ich tatsächlich nie gezogen So, Farbenschock Let's go Amazing Rare Kann nicht sein, dass ich mittlerweile jetzt schon fast bei 50 Boostern ohne Amazing Rare angekommen bin Seit, ich hab, äh, seit Dezember hab ich immer mal wieder Farbenschock Booster aufgemacht Aber ich hab meine letzte Amazing Rare im Dezember gezogen Das ist schon fast zwei Monate her Swodronin Zobiris Trompec Huch, ich bin viel zu weit Äh, Schwalbini Wuffels Voltoball Pfiffchen Schuppé Wieder kein Amazing Rare Und wir haben ein Lucario Yeah, wuhu Party Leute, es kann doch nicht sein, dass die Amazing Rares Wie kann das sein, dass andere Leute drei Stück in einem Display haben Ich hab zwei Displays gekauft Hab aus beiden Displays jeweils nur eine rausgehabt Und dann hab ich nochmal Hab ich nochmal Anfang Ne, doch, Anfang Januar hab ich die letzte gezogen Entschuldigung, hab ich euch eben Mist erzählt Hab ich nochmal das Sashian gezogen Das hab ich schon doppelt Nein, Celebi hab ich selber gezogen Aus einem Random Booster Sashian hab ich gezogen Und Raiko hab ich gezogen Sag mal, Center hab ich schon gut ein Prozess pro Tag getauscht bekommen Weil ich da irgendwie schon so im Gefühl hatte, dass Ähm Weil ich halt so irgendwie schon im Gefühl hatte, dass das schwierig werden könnte So, äh Nacht in Flammen Stahlenergie Wege Cheater Schwächenschutz Porygon 2 Pikachu Gremac Glumanda Alola Ratzfritz Porygon Elevoltec Und Zapplerang Warum Zapplerang immer wieder Artworks bekommt, dass Gut, es ist halt Es ist kein cooles Pokémon Es ist wirklich kein cooles Pokémon Es mag ja vielleicht Stark sein Keine Ahnung Ich hab's nie im Team gehabt Aber Zwei Booster haben wir noch Einmal Swashy Base Einmal Farbenschock Und ich sag's euch, Leute Aus einem der beiden Booster wird noch ein Hit rauskommen Aus einem der beiden Booster wird noch ein Hit rauskommen Wir werden es sehen Ich kann euch nicht sagen, aus welchem der beiden Booster Mir ist es auch letztlich egal Obwohl Last Pack Magic ist wahrscheinlicher So, wir haben eine Feuer-Energie Wasser-Energie Den Swollog Waldorfisch Das Pokekind Mauzi Hopplo Fatalité Marakamba Pikachu Kikalo Und Maritalit Also das heißt, Swashy Base will und will uns jetzt auch nach über 260 Boostern mittlerweile Also mit den Videos, die ich heute aufgemacht haben werde, sind wir über 260 Booster raus Will uns auch nach 260 Boostern immer noch nicht den Wolf gönnen Und Farbenschock verweigert uns die Amazing Race Aber mal gucken, eine Chance haben wir für dieses Video auch Und auch wenn ich, auch wenn es jetzt vielleicht so aussieht, als ob ich mich die ganze Zeit ärgern würde Hier mit der V-Max und mit der Full Art Karte bin ich mega zufrieden War ein geiles, es ist ein geiles Video Bei 8 Boostern, 2 Premium Hits Kann man nicht meckern, kann man wirklich nicht So, wir haben hier eine Psycho-Energie Den Kumokäse Girafarig Saida Tannhill Schneckmark Elezeber Palim Palim Galamauzi Wieder keine Amazing Rare Und ein Seraora in Holo aus dem allerletzten Booster Ja, das macht die, äh, macht die Pull Rate auf jeden Fall insgesamt ganz nice Ähm, ich hab zwar Monte Cabo V-Max und Galala Lauchzelot Habe ich beide schon Aber, ähm, ich muss sagen, es war trotzdem, äh, war ein gutes Opening Kann ich mich an sich überhaupt nicht beschweren Mit, mit einer Full Art und, äh, und einer V-Max Karte Kann man auf jeden Fall zufrieden sein Da lässt sich, äh, da lässt sich wirklich gar nichts gegen sein Das Einzige, was mich wirklich konsequent ärgert Ist, dass mir diese blöden Amazing Rares einfach verwehrt bleiben Die gibt es bei mir nicht Die Pokémon Company, die fängt das alles ab vorher, bevor es zu mir geht Aber, wenn euch das Video, das heutige Video gefallen hat Dann könnt ihr es mir ja gerne zeigen, indem ihr einen Daumen hoch gebt Laut SB Online kostenloses Abo-Dollers Das hilft mir, es kostet euch nichts Und, ähm, ja, wir sehen uns dann, ja, am Samstag wieder Bis dann, tschau! Tschsch! Musik 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 Vielen Dank.